Ich bin Jean-Christophe, Gissé. Pardon. Gissé, Block B, Sektion 2 und von 11 bis 12 übernimmst du die Besuchersprechzellen. Es ist mir streng verboten, so lachten die Vorschriften, dass ich Kontakt suche. Dann tanzen wir nicht mehr zusammen. Wann kriege ich Sprechzeiten am Tisch? Mit wem denn? Mit beiden. Stört sie das? Du hast mit ihm getanzt. Ich hab doch nicht gewusst, Herr Sein. Du hast mit ihm getanzt? Ich hab's nicht gewusst. Verdammt, meine Frau tanzt mit einem von den Schließern. Warum wolltest du mit dem Tango nie aufhören? Wieso? Warum wolltest du nie damit anfangen? Wieso? Bist du Argentinier? Sieh. Kannst du mir zeigen, wie man Tango tanzt? Wir tanzen kein Tango. Warum nicht? Alle Argentinier tanzen Tango. Einer außer mir. Siehst du das? Alice ist meine Frau. Sie hat mich geheiratet. Alice ist meine Frau. Wir hatten eine Abmachung, du Arrocksloch. Sie sollte für jemanden gelten. Hast du das vergessen? Du hast dich nie entschieden. Du liebst nicht. Du tust nur weh. Die Liebe ist nichts für dich. Ich gehe dann. Ich wünsch dir viel Glück mit dir. Ich gehe dann. Ich gehe dann. Ich gehe dann. Ich gehe dann. Untertitelung des ZDF, 2020